eine schweige sekunde so weiter geht es jetzt müssen wir gerade mal beruf ist verloren wir brauchen ein neuer koch der truppe ist null naja koch der truppe ist nicht dafür qualifiziert reiniger wir machen der truppe als reiniger in amusio sauber machen so schweige sekunde ist wo machen wir den friedhof die machen wir eine drohne da kommt es jetzt eine drohne bohren grabstädte grabstädte bitte ja neun schaden x hat uns verlassen kein guter koch und so kann man es natürlich aussehen ja silber beim kochen verhunger tut der koch nicht nasche ok guck mal die truppe hat jetzt also sauber macht käppi auf wow fähchen also wow er wusste was es für eine pampe ist und was es für konsequenzen haben wird ok dann hat dann lieber gar nichts gefuttert ich würde zu gern zu dem geysir soll ich gucken sie kommen die senden sich doch hoch buchen zu dem geysir und zwar machen wir dann doch ja so nett das sind die abtragen würde für kommen sie doch hoch das bitte mit neun das bitte mit neun ach Gott wegmachen graben neun neun das bitte weg machen dann graben ein Doren 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 mit dem Leder hoch das geht das jetzt nicht nur an so dann gehen wir da drin dort machen wir auch nochmal Leder hier das mal rauskommen und dann sagen wir das nach das hier erst mal abtragen und das und das ja ich habe es doch nicht hier gesetzt ich weiß es halt nicht wann es gemacht wird ne so lange leider dort an der kaputten Batterie das wird halt irgendwie nichts gemacht ne obwohl ich die Sache auf neun setz und so wird das mit mir gemacht habe ich doch was verstellt nein die sind doch alle am machen weißt nicht was verkehrt ist das Salzfähigkeit in der Ente doch kaputt gemacht hat und die zwei Batterien wenn die an mir repariert ich habe das auf neun stehe hm das super computer wird auch nicht gebaut Ah, jetzt wird Mowa's gemacht. Die Truppe ends. Ich glaube, ich wäre dafür aber doch noch mehr Kochstationen zu setzen. Ah, das Vieche macht wieder Sachen kaputt. Gut, das wollen wir eh eigentlich, dass es zerlegt wird. Also, nicht schlimm, dass ihr sich dort rauslasst. Okay. 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 Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Da wird geforscht. Da könnte man den Supercomputer doppelt forschen. Also, es wird was gemacht. Jetzt macht es auch mal den Luftfiller kaputt. Geht irgendwie nicht vorwärts. Ah, jetzt wird der Obomo wieder von Etecna was gebaut. Ich denke, der Tecna macht ab und zu immer noch was da hin. Hier werden alle da am Hungre sind, ne? Ja, ich kann ja nicht mehr machen wie auf neun Stelle und so. Die haben alle Hunger. Die haben jetzt wieder von Etecna was gebaut. Die haben hier aber von Etecna. Ja. Die haben hier auch schon immer wieder von Etecna. Die haben hier auch schon mal die Hände. Das Ende ist nahe. Das Ende ist nahe. Es geht nicht vorwärts, es geht nicht vorwärts. Sobald was zu essen da ist, wird knabbert, es hängt echt am Essen. Wir hätten am Anfang ein besserer Kochskill mit den Zunahmen. Von Anfang an der Kochjob und so. Ich denke das tote Fehler war. Ja, ich bin ja schon an dem Tiefpunkt fähig. Das wird ja außer Laufrad und ab und zu mal die Kochbedienung. Schauen sie ja nur da auf der Leder rum. Ich bin gekannt gestorben. Zweimal! Lea! Wer hat es noch erwischt? Ich hatte nix an Lea leid. Er lebt noch. Der Tecna lebt noch. Lebt noch! Ne? Lea! Wo ist Fanny? Wo ist Fanny? Helfen wir mal. Wo ist Fanny? Wo ist Fanny? oh nein oh nein ähm okay ich hab Fanny immer noch nicht gefunden der Tecna wo ist Fanny jetzt geht's ich hab Fanny gefunden oder viel mehr Fähigkeit gefunden es werden alle sterben eins zwei drei graben naja er positiv hat es umso mehr sterben umso mehr nahrung ist für die andere so schön dass man das alles so aufzähle was mal da alles passiert was ich mit meinen Zuschauern mache ja arbeiten nicht richtig das ist das Problem wir sagen mal alles zu wundern dass das wasser verschmutzt ist dass die regeln von schatten links schlecht schmecken fähig manipuliert die stromversorgung und die luftzufuhr das supercomputer wird nicht gebaut neuner grabe tun dann nicht weil ich dort die wasserversorgung verbessern wollt weil hier doch der saubere kaiser ist und 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 weil du es prophezeit hast du wirst als erstes sterben habe ich auf dich besser aufgepasst wo bist du überhaupt nicht das mal jetzt verreckt ohne ist alles voll obwohl ich doch putze 9 im gericht hat da hat der trubert jetzt endlich mal die luftversorgung wieder reparieren fähigen kümmert sich im such ums essen das wird bestimmt sehr gut schmecken die die leute sind jetzt gestorben und schon wird hier wieder mehr gearbeitet faszinieren ich glaube es ist nicht so gut wenn batterie unter wasser stehen truppe du bist doch für die fürs sauber machen verantwortlich macht doch doch mal sauber gut jetzt machen sie wenigstens zu zweit sauber der kohle endlos kam wenn du immer wasser nach fließt okay ! 3 3 3 3 4 3 3 4 wieso kann man leben wissen aber was man nicht gefahren die zahl der ober wo ist fähchen beim koche verreckt toll das läuft es läuft geschmiert die zahl der ober die zahl der ober